Es hasst dich auch. Das ist ja keiner Witz dran. Das ist ja harmloser. Das Spiel ist harmloser als I Wanna Be The Guy. Es tut mir leid, aber... Wobei, I Wanna Be The Guy fand ich leicht. Geil, Mutter. Geil, KOMMENZER! Warum stimmst du hier? Ich werde... Nein! Ich werde 50 Cent für das Obdachlosen-Asyl, dass du es nicht schaffst. Äh, Gisle will es wenden. Oh, oh, oh. Alter. Der Witz ist, wer so weitermacht, vielleicht wieder reingeht er irgendwann noch mehr Leben wie ich. Oh, man. Rio, 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 Rio. Ach, du Heilige. Ich hasse diese Spiegel. Es ist sogar schwerer. Ich kann es überhaupt nicht. Wobei es ist eigentlich ziemlich leicht und ich hasse es einfach so. Das ist einfach nur deine Einstellung, weil du das Spiel nicht magst, kannst du das Spiel auch nicht spielen. Was machst du da für eine Scheiße? Das hätte ein Skill sein müssen, dass ich das verstehe. Das war geil. Achtung, Spukhaus-Fail Nummer 3. Komm, spring in die Niederhöhen. Ey, verdammt, verdammt, dieser feiß Nasenbär. Was weiß ich, wie das hier einer zu verglümmeln hat in der Fresse gesehen. Das habt ihr nicht gesehen. Sei froh, dass ich gerade was getrunken habe. Aber du hast mir echt gerade den Arsch abgelacht. Ich hätte schon beinahe eine ganze Flüssigkeit gegen meinen Bildschirm gerotzt vor Lachen. Passt doch. Ach so, nachher nach 15 Leben. Das ist immer noch der Bescheidler. Ich glaube, es macht Rium mit Absicht. Der holt sich mit Absicht hier 99 Leben, dass er mehr hat wie ich. Und am Ende überlebte, dann und ich bin tot. Was, mal auf, Leute, es wird zu kommen. Ich hab deine Taktik, deine Taktik erkannt. Ey, zum vierten Mal. Das ist einfach wie spylich, diese scheiß Level hier. Oh nein. Egal, es ist mir doch egal, es ist mir scheißegal, ich bin hier raus. Geh rein. Ich hab Angst vor Geistern. Ja, irgendwie sieht es richtig nach aus wie ein Steiner Krebs. Ich weiß sowas. Find ich nicht. Voll gerade offen. Äh, diese geilen Geister, die sich nur ernähren, wenn wir Dingsbums, äh, sie, nicht angucken. Äh, raus? Auf. Rechts ist noch eine Tür, geht durch die Silberne. Ich glaub, die soll blau sein. Ey, 26! Ich glaub, hier gibt's noch einen, äh, ausgang. Ich glaub, hier, ich glaub, hier noch nicht. Ach, du passst. Da hast du eine Sternwild. Da hast du eine Sternwild. Was spoilerst du denn hier? Da hast du jetzt zum fünften Mal, was du was machst. Ja, da geb ich dir keinen Applaus. Bastard! Bastard! Ja, du willst es gar nicht spielen. Ich will's nicht. Irgendwie, ich hasse es. Das ist so boah. Und wir sind hier in der geheimen Donut-Wild. Für super. Und zwar so klar. Naja, wie ne Ausrede. Ja, hier steht das du wenigstens. Geil. Äh, äh, Dingskette. Du hättest ne Treppe bonken. Ich hab schon. Ja, du mich auch, ja. Oh, ein Stern. Nein! Ah! Verdammt. Der Stern ist weg. Oh, ne, nicht. Kein Kommentar. Ich lag von der Kirche wohl. Ich sterb die ganze Zeit. Ähm. Es sind mir noch ein paar drei. Oh, komm schon, du blöde Fehler. Oh, ey. Wow. Ey, jetzt packst du es wieder nicht extra. Jetzt kriegst du wieder ein paar Leben. Jetzt, wir fliegen nicht sogar beide. Das ist ja total schlecht. Alter, ey. Oh, Mann. Oh. So viel Pech. Wenn du jetzt gerade durchspringen würdest. Ich hätte so gelacht. Ah. Ey, du Leberstik. Ah. Gott, der. Wie geil. Ah, grob. Stefft du bloß. Ja, klar. Ach, Rio. Es ist so lustig, der Tue zu sehen. Es lauft ganz normal und spring einfach. Ich sagte, spring nicht runterfallen. Das war's. Nein. Nein. Wie geil. Was war's? Dieses Spiel? Was ist die Strafe? dass du was diese handschuhe doch die mario bart für arme ja jp jp schweinebacke das ist eben doch alles das ist nicole's cage ja das war ähm bruce willis ich weiß nicht so ein gag von mario bart wo es will es meint macht auch ja so jp jp schweinebacke ja da muss ich mich mal fragen ja er hat wirklich über bruce willis geredet nicht über männer über seine freundin manchies haha jetzt ist smoke halten ich scheiße wir geschafft alles deine schuld ich mag das level auch nicht komm her du komm her screw you ja das wenn du das level jetzt einfach mal schaffen würdest ja das wenn du das level jetzt einfach mal schaffen würdest haha eigentlich kann ich deine deine level also die versuch für dein level hier immer zusammenschneiden in deinem video rio rios fein bei mario ja hey 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 es ist irgendwie nie die mitte zuerst könnte sein hey 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 auch er hat es mal perfekt geschafft und hat sogar mehr leben als ich sterbe ich bei einem sendland sprung wirklich cooper einfach mal naja cooper ist ohne panzer so jetzt falle ich nicht drauf rein vor allem du musst nur auf diese scheißkästchen springen ja was du nie tust schon wieder denn was machst du eigentlich für eine scheiße Achtung, da kommen welche Stüb-Tschock Nimm doch die Feder Oh, Bastard Nein, trau ich nicht Kasse Feder Auf einfach Und er hat es geschafft, ohne Püste Ich bin in Stoffen Nein, durch Äh, Ryo hat es geschafft Ich hasse es Die du auch zweimal machen musst Denk dran, die musst du auch zweimal machen Ja, das ist zweimal Oh Gott, das ist so scheiße Ja, jawohl, ich bin so schlecht So aktiv schlecht, wie schlecht sie dich nicht hat Doch, ziemlich Geh nicht Blink Nein Nein New Super Mario Bros, kann ich... Ich glaub wir machen eh kleine pinkelpause, dann soll ich mal einen Stellung umstellen. Yeah! Wo 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 wo! Hey, ist volle Glatteisgefahr hier! Nein, nein, nein! Wie geht das so richtig um, scheiße! In den Arsch, in den Arsch, in den Arsch. In den Arsch. Dann hat's ja auch nen Yoshi der Rix hat. wenn wir das erste Mal machen, aber das Sequel wird Ende. Oh, 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 er vergisst euch. Oh, es kommt schon. Ah, es packt sich, wenn du dich ein bisschen weiter hinten aufhörst. Ducken, ducken, ducken. Yoshi, wie gesagt, duck dich, duck dich. Und so. Du musst es zweimal machen. Du kannst auch die Geisteburg noch schnell machen. Dann hast du noch ein Level geschafft. Das wird daneben. Fick dich doch. Das war auch wieder daneben. Ach, stimmt. Da fällt mir gerade ein, der Showbord. Dreiben. Warte. Ich weiß schon was. Was? Ah, ja. Mr. R ist der O. Mr. O. Lauf, schlappe! Lauf! Okay, ich habe gestern Skippy-Undlookschies. Gibt es jetzt so. Ich nicht. Es kommt, die kann.